Ich bin live. Ich bin live. Mach mich doch vor. Verriss ich das durch mein Handy einfach an. Du siehst doch, dass ich auf Stimme gestatten bin. Was hab ich gerade gesagt? Da kann man auch live gehen. Wieso? Den kann ich so führen, wenn du dich zuhörst. Der hört dir auch zu. Wow. So. Ja. Hi Nova. Ich sag auch mal einfach Hallo. So. Du kennst Nova doch. Ja, ich weiß, aber du hast zuerst begrüßen. Das ist eher dein View, deswegen sag ich auch mal Hallo. Das ist Unterführer. Er war bei dir auch. Nova, du musst dir jetzt hier Papi und Mami teilen. So, neues Spiel. Es gibt Zwischensequenzen. Du musst aufpassen. Kann ich ja essen. Ein Jahrhundert. Ein ganzes Jahrhundert Hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchen sie auch nur eine Mütze Schlaf. Ja. Im Jahrhundert haben wir geschlafen. Das ist ordentlich. Will ich auch genau. Ja. Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell. Wecke unsere legendären Helden. Wir sind die Helden. Yay. Und doch Nova, du musst uns ein bisschen teilen. Das geht nicht anders. Da sind die fiesen Albträume. Muss ich jetzt aufteilen. Immer eine feste Zeit bei mir und eine feste Zeit bei Ben sein. Genau, und Aluminisch regelmäßig streamt, bist du quasi nur mal die feste Zeit bei mir. Du tanzt mir ja wundervollerweise abwechselnd. Was? Also nicht. Yes. Hahaha. Die Musik ist cool. Ich bin nicht drin im Game. Ich bin nicht grad nicht aufgewacht. Ich glaub ich muss nochmal Start drücken oder so. Ja, wenn die Zwischensequenz-Kram vorbei ist. Könnte es auch nichts machen. So. Jetzt mal probieren. So. Perfekt. Jetzt funktioniert es. Wir haben jetzt beide gleichen Eigenschaften? Ich... Ja. Ungefähr. Meiner. Hehehe. Hehehe. Aber du hast eh die Punkte gekriegt. Wow. Haha. Ich war nie ja dran. Hui. Hast X zu schlagen. Okay. Die sind mal ein. A zu springen. Ich bin schon drauf gekommen. Warte mal. Schlagen wir uns doch gegenseitig? Jo. Jo. Wir hauen uns doch gegenseitig. Okay. Ey. Die Fikaohorn. Warte. LX um aus dem Boden zu ziehen. Ja hab ich grad gemacht. Ich hab hier so und dann nach unten gestampft. Das brauchst du bestimmt. Alter. Du musst nicht mal springen dazu. Ey. Hör auf mich zu hauen. Es geht auch so hoch. Guck mal ist ne Tür. Hörn sie doch auf wie zu hauen. Ja. Gehen sie rein. Du haust mich wieder die ganze Zeit. Nur hier. Bam 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 bam. Ich hau dich. Absolut nicht im Gegensatz zu dir. Könntest du wieder aufhören mich da hinunter zu treten? Wir müssen hier Sachen einsammeln. Ja. Oh. Hör doch auf. Ist das ein Bonus Game? Ja das ist ein Bonus Game. Ich hau dich ja schon gar nicht mehr. Ja. Das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Hoffentlich nicht. Ja Lumi schlägt mich gerne. Oh wir haben ein Herz gekriegt. Ein Herzschi. Guck mal ein Herzschi. Wir haben ein Herzschi. Wie viele Drogen haben die genommen als sie das Spiel gemacht haben? Weiß ich nicht. Ich würd sagen ja. Na der Antwort wie viel? Ja. Äh Frage wie viel. Ja. Ja ja ja. Ich sag ihn immer. Ich kann auch nichts dafür, dass er drauf steht. Ich will das eigentlich gar nicht tun. Oh ich bin ein Idiot. Ist dein Leben für aufgegeben? Ja ich hab mein Leben. Oh da hab ich wieder auf. Was ist der Hauptweg? Wahrscheinlich unten lang. Das sieht nach einem Bonus Level aus. Und jetzt? Du musst ran springen und ich glaub ich muss dann so drehen, dass du landen kannst. Spring mal ran an das erste. Und jetzt dreh ich das hoch. Und jetzt kannst du runter dich fallen lassen. Kannst du dich einfach komplett rüber drehen und ich spring dann. Ne ich warte drehen kann ich nicht. Okay also ich fall jetzt. Ja. Perfekt. So jetzt musst du da nach links springen und ich dreh dabei nach links. Ne du musst nach rechts. Ne du musst erst wieder rüber. Wo bin ich mir kaputt gegangen? Wo bin ich jetzt kaputt gegangen? Du musst hüpfen auf die nächste Ebene. Ne. Dreh doch nach rechts. Ja aber du musst in dem Moment hüpfen wo ich nach links drehe. Achso du kannst ja nicht weiter drehen. Drei, zwei, eins. Oh jetzt muss ich mitlaufen. Jetzt muss ich mitlaufen. Drei, zwei, eins. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Ich hab's versucht. Könnt's aber machen. Okay wir machen das jetzt nochmal. Ich mach einfach direkt mit. Hochdrehen. Boah jetzt. Oh. So. Perfekt. So. Funktioniert's. Oh. Perfekt. Haben wir geschafft. Yay. Er hat auch ein Krönchen auf. Er ist ein Kumpel von mir. Er hat auch ein Krönchen auf. Oh mein krönchen auf. Jetzt ist er, es lauft man nicht so weit weg von mir. Komm' halt bei. Bleibs hier, steh. Bust halt bei, Mann. Bleibs hier, steh. Hab ich gesagt. Bleibs doch. Muss steh bleiben. Hier, boof. Boof boof. Hat he boof gemacht. Hier. fd mana weil du würdest da wieder ins leere springen wollte ich gar nicht doch doch und sagen du wolltest ins leere springen jetzt sagst du mich mal aus der seite buffen du springst schon bevor das rüber ziehst du verrückter kommt doch da auch hinwartet ne kommst du nicht doch mit dem mit dem propeller der ist nicht unendlich aber der ist lange ich kitzel du warst zu schnell mit mir nicht mal würde ich gerne oh woops das ist übrigens das abschluss des ersten levels du siehst ich habe eine achievement bekommen ich habe nie das erste level abgeschlossen dafür spielst du aber besser als ich und ich habe viel mehr punkte gesammelt aber brons haben wir geschafft haben sogar silber geschafft sogar gold geschafft ne was ist der glücks glücks ding gold haben wir ganz nahm nicht geschafft müssen wir nochmal spielen haben wir irgendwas verpasst nein doch ich finde wir müssen das nochmal spielen das haben wir bei dings auch nicht gemacht weil wer blockiert doch da haben wir noch mal gespielt die wir richtig schlecht gemacht haben haben wir aber nicht alle gegen ende auch nicht mehr und wir müssen auch alle 700 von diesen knüppelchen finden die haben sogar alle 10 gefunden so die sind voll happy guck mal meine familie ist zurück meine familie ich habe euch vermisst ich habe euch vermisst dich auch du bist du bist glaube ich Annie du bist sowieso toll und beater wie geht es denn den kindern wie geht es denn den kindern oh usela was was die du die die haben dich kochen lassen oh god die müssen ja verrückt sein die albträume ja meine lumi hol mich hier raus bitte ich komme hier nicht rein ohne dich bitte bitte du musst da ins mikro reden sonst hören sie dich nicht ich weiß aber ich muss da hingucken du bist du bist